Es muss natürlich verrückt sein, dass man aus einer Wirtschaftskanzlei in Zou aussteigt und nach Afrika geht. Uns Unbekannte mit vielen Risiken. Sind die Tests da noch gut? Ja. Ankommen in Tansania als Greenhorn in der Gewürzbranche, habe ich da auch sehr schnell gelernt, dass es ganz viele alte Handelsmonopole gibt, Handelskeimnisse. Wenige Familien haben noch immer über die ganze Gewürzdistribution in Europa die Macht gemacht. Das Tandoori ist sehr gelungen. Ich muss mich noch erinnern an die Zimmel von früher. Wir gingen zu Hause und da habe ich einfach den Zimmel noch im Kopf, wie er geschmückt hat. Süss, fein und nicht penetrant. Und das habe ich nach 30 Jahren nie mehr gefunden, ein solches Zimmel. Diese wunderschöne Landschaft zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Die vielen Bäume führen zu einer inneren Ruhe und es scheint, als würden die Probleme nicht mehr existieren. Jahr für Jahr werden die Bauern verarscht und möglichst tief gehalten von irgendwelchen Zwischenhändlern. Und irgendein Bauer hat sicher eine kranke Mutter zu Hause und braucht das Geld. Das Nachhaltigkeitsthema ist aktueller denn je. Die soziale Frage spielt da mit rein, die Umweltfrage, alles Dinge, die wir damit adressieren. Es wird nicht alles so weiterlaufen können wie in der Vergangenheit, das wissen wir. Ich habe gefunden, man kann das besser machen und es ist jetzt an der Zeit, das anzupacken. Nachhaltigkeitsthema Felden. Nachhaltigkeitsthema Felden. Nachhaltiges Felden. Untertitelung des ZDF, 2020